Servus meine Lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video Minecraft und heute die erste Folge von Minecraft Dead Lab die ich gleich sehen will da es ein bisschen chaotisch war bei der ersten Aufnahme und da auch Endperson gefehlt hat werdet ihr nicht viel mitbekommen ein paar Schmiede sind hinter der ich kurze Zeit weg war ja ich sag trotzdem das durchgefallen ich hoffe ihr habt was da alles netter und es ist immer ein neues Projekt weiter es erfährt in diesem Fall wie ich bereits aufgenommen habe weil ich das Video erschnitten und geändert habe das erste und es wird jetzt wahrscheinlich jeden Tag also nicht den Tag jeden Tag im Einkraft herbert kommen warum herbert erfährt er auch in der nächsten Folge Regel ich sag's jetzt noch mal weil wir hatten keinen anderen Namen ich hab gesagt er passt einfach weil es gibt auch mein dead level deswegen das nächste mal haut rein schön wo bist denn du, Tobias? hier oben ich bin doch also komm mit, wir gehen auf A fläche warte doch nie, wir bauen eine Art Show ja einfach abbauen ja wie gesagt, es kann jeder ein Haus bauen also es baut sich jeder Haus und wenn man da schaut wenn ihr Tab drückt, sieht man schon wie viel Tode jemand hat ich hab schon Wörter zu weh, Marcel, der hat noch keine Tode weil er sich irgendwo verkrochen hat ich stell dir grad ein Werk an den Finger ich stell dir grad ein Werk an den Finger ich stell dir grad ein Werk an den Finger ich stell dich nicht auf Tab jawohl, neben den Norman ey, der baut doch die Waffen an den Kopf Bäm wie schaut ein Tab aus wie ja keine Ahnung ich hab, ich weiß nicht ja dort wo du halt die Norman anzeigen kannst nehm mal auf der Tastatur ach so ach so hab ich schon da steht neben Norman da steht neben Norman bei mir und bei Patrick steht Ding, dass jeder Arme gestorben ist und bei dir steht nix man darf aber keinen umbringen, gar nicht na, also nicht jetzt umgehen und so ungefähr ja ich hab schon schwer ich hab schon schwer ich hab schon schwer ja, dort wirst du auch schon Marcel, du wirst noch brauchen einmal, ja ich hab dort hinten so ein Berg irgendwo war ein Berg das weiß ich noch Kühe ja, Kühe, das ist eh gut ich weiß nur, dass irgendwo ein Berg war und daneben war eine Ebene ich weiß aber nicht mehr genau, wo das war ich hab schon die Bergzeuge da Mann, du musst dir da extra ein paar Tricks ich hab ihn nur das wird aber kein ich muss das ich muss das wieder ich muss das wieder wo schaust du? Mann, du musst nur schauen, dass es bohren ist, oder was du? ja, bohren da oben da oben es ist glaube ich gleich da hinter dieser Ebene Marcel, bist du auf der Ebene? na ich komm hinter dir nicht noch, weil er soll ja immer schlafen ja ja, sie stirbt ja gleich du musst von Kühe schlafen ja ja, ich glaube ich bin eh auf dem richtigen Weg zu diesem Berg hin da oben ich bin neu aber näher vom Meer ja, ich auch wo? Zuckerrohr ich kann ja was printen ich kann schon noch, ich kann schon noch ja hey, du hast ein Kühe getötet wo? Patrick, ich bin ganz weit hinten, ich kann gerade fahren ich bin nicht weit hinten mein Ofen ist Holt, was du dem Essmann magst ja, ich hab ein bisschen wenig da da ich bin da Mann, das wird gerne ja, heute ist halt rein jetzt ist Holz dort gebaut auf jeden Fall Ist egal, aber ich habe keine guten Sachen gekauft. Nein. Nicht? Nein. Weil ich eh keine guten Sachen gekauft habe. Komm bitte in mein Haus! Das braucht keiner! Komm bitte hier! So. Pass auf, ich sehe die Kontrolle, die wöldtagen. Was ist mit dir? Die haben die Pizzerne und Pizzerne. Ich muss mich drauf machen. Ich bin selber 11, gell? Toll. Sobhier! Ja. Alter, du guckst. Mach sie leise, David, du! Ja, ich genieße mich von Spuren. Ich bin nicht von Spuren. Spuren. Opfel! So. 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 oh scheiße alter bist du blöd hat sich noch abgegraben neben mir heute sind zu b die skelette da was ist scheiß skelett verdammtes der hat er verzauberten bogen was ist mit der skelette los warum sagt das op nicht sterben nicht sterben immer gestern immer gestern da was ist damit die skelette los so Äh... Ich muss noch einmal die Dämonen annehmen. Nein, ich bin immer Operator. Alter, kommt schon wieder aus der Scheiß-Skelett, Alter. Ich sehe nicht ein. So, hoffa, hoffa. So, hoffa, hoffa, hoffa. So, hoffa, hoffa, hoffa. So, hoffa, 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 hoffa. So, hoffa, hoffa. So, hoffa, hoffa, hoffa. So, 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 hoffa. So, hoffa. So, hoffa. Das ist der Fall ist gegen das Skelett, äh, Klupe kommt auch noch hinter dir Alter, ich sieh's nicht ein Einfach du noch keinen Tod, wir mit den Sakschen gleich hoch Du versteck mich auch Eben Eben Trottel, na, schweb Was? Die, die, die ist auch Reaper Die war erst mal kaputt Ist der direkt? Äh Alter, na Hast du noch so auf mir? Auf der Web gibt's gar kein Eisen Hier gibt's Eisen Nein, aber schon so weit unten, nix gefunden Ja Nötig Arbeit haben, werdet nicht zurückkriegen Doch So So, schön zu wissen, was Schwert ist Schwert 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 So 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 So